Jo Bratan Fasgrab, zieht euch das rein, Lord of the Ocean, Freispieler 50 Euro fach, heftig. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr so geisteskranke Videos, Kanal abonnieren, Video Daumen hoch geben, ab 1000 Abonnenten kommen Livestreams, lasst euch das nicht entgehen. Heftig, Mann, und dann noch Verlängerung, wie geisteskrank. Jetzt muss er nur langsam auf was schmeißen, mal so ein Vollbild oder so, wäre krass. Oh, heftig. 5.000 Euro, was für ein geiles Bild. Heftig, 6.400 Euro, hätte er natürlich mehr geben können, aber trotzdem geile Runde. Ich würde sagen, der Automat ist gut drauf. Kann man probieren, ob er das nochmal gibt. Ich würde sagen, der Automat ist gut drauf. Grunde. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 1. 3. So, nochmal Freispieler, 50 Euro Fach. Nicht vergessen, Bratans, Video, Daumen hoch geben, Kanal unbedingt abonnieren. Es kommen auch mehr krasse Videos, keine Sorge. Geil, noch ein Vollbild, heftig. Der enttäuscht nicht, J enttäuscht diesmal nicht. Heftig, kann man machen, sehr schön. Mal gucken, ob es nochmal Freispiele gibt. Oha, okay. Mit Kopf. Dann will ich jetzt aber auch was sehen. Drei schonmal ein sehr guter Start. 200 Euro. Oha, Verlängerung wäre geil. Letzte Runde. Ah, schade, schade. Guter Anfang eigentlich, aber danach stark nachgelassen. Aber vielleicht gibt es ja gleich nochmal Freispiele. Mal gucken. Mal gucken. Schade, schade. Schade, schade. Ah, schau, der Kommt schon. Okay, nach Kopf TV. Mal gucken, ob er diesmal mehr gönnt. Immerhin mal drei. Nee, das war nix. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Jetzt gibt er natürlich vier Frauen, wo keine Freispiele mehr sind. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ich sage es immer wieder, mit dieser Statue gewinne ich nie. Irgendwie sind Statue und Truhe echt nicht mein Symbol. Ja, das nix. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade.